Das lauter, kommen Sie nah an den Monitörern und genießen Sie, folgt ein Top-Highlight, Okocha, hier ist er, Okocha, JJ Okocha, immer noch, JJ Okocha, noch ein Dreher, noch einer und drin! Da reißt er sein Trikot vom Leib, tanzt noch einen Samba fürs ausflippende Publikum, Ekstase im Waldstadion, das haben wir seit Nibuda nicht mehr erlebt, das ist das Beste, was der Fußball bieten kann, oh wie ist das schön, oh wie ist das schön! Liebe Zuschauer, die Zeit für meinen Bericht ist zwar abgelaufen, aber egal, sollen Sie mich rausschmeißen, ich zeig Ihnen die Szene bis zum Umfallen, toll, dieser JJ Okocha, wie er hier Kahn aussteigen lässt, dann ist es reich! Dribble, everybody, dribble the keeper, come back out of the post, dribble them a second time before you score, did you do that? I did that. Why? 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 You know, this is a true story, you know, when I first moved to Europe, it was Germany that I went to, and the rate of racism was too high then. I never knew I was black, until I got to Germany. Und dann, wie ich diese Leute zurückfahre, was ich tun, was ist legal, um zu zeigen, dass ich auch ein Rassist bin? Also habe ich sie angefangen. Und ich habe gesagt, ich werde sie anfangen, um sauté, so, some people will chop grass.